Ich habe sehr viel Verstand mit der Kirche, der Glaube, an Gott. Wir können hier noch mal hoch halten. Oh, richtig hoch. Über den Kopf. Stärker, schneller. Wir waren eng, wir waren viel. Unser Ziel war es, die Protestanz zu halten. Und dann wieder zu sein, das zu erheben. Und dann wieder zu sein, das zu erheben. Und dann wieder zu erheben.